und wenn es am freitag ist dann müsste dann würde da ein stream für ausfallen und ja das wird schon ein plagiat das wäre mir unwohl ich habe eine konzeptart mit der art auf einmal des lieb ich meine wenn es exakt die story ist da wäre ich nicht dabei da wäre ich raus es gibt ja auch der ponia pen and papers die durchaus machen kannst du halt wollte in der welt von von dem spiel spiel ist also von satin absketten wurde wenn halt nicht so frei nach schnauze das ist natürlich das kann machen aber exakt das exakt das das spiel dann spiele ich das spiel satin absketten habe ich glaube ich memoria satin absketten das habe ich das habe ich mir gekauft da mache ich ein netzplay davon wenn ich das machen will verstehst du moni wunder was habt was alternativ ist zur zur welt und wenn wir da eine story spielen die in dem universum handelt aber dann sollte ich vielleicht als vorbereitung satin aufs ketten vorher spielen danach dann da haben wir eine gute überleitung zum zum streaming projekt wenn paper verstehst du moni das kann man machen immer recht drüber ich gucke jetzt erstmal konzept sagen die nicht im spiel vorkommen das kann man nicht im spiel vor oder ich bin einfach dann vorbei gerannt das kann auch sein charaktes und kreativiert schluss der teddy die süß aus das botte blieb ist das die war ja manchen szenen das ein list für ich dann wissen ist überhaupt der perspektive von nun aus der frischperspektive nach das waren die texturen von dem teddy harald war harald mit dabei fürs monster of the game ok wieder käme ich glaube an manchen monstern bin ich auch einfach vorbei gerannt am ende aber noch mal gesehen werden wieder uns eingefangen hat die mannte fand ich toll hier die schüler die mutter jahre die tante die oder die und tante hier die habe ich gesehen harald ist ja wohl der beste monstern aber auf jeden fall die mag ich der home die legung und das war das das war durch das zweite das dritte area wo durch gegangen sind die sehr schön ja das sind wir mal so eine xylophonbrücke gelaufen das kennt das 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 weiter weiß ich mich da kann ich mir tun dann wo wir durchgekrabbelt sind hier durch den zaun mit overgrown haus ja da geht ja im tunnel da gab es dieser die wieder in harald habe ich leider nicht gesehen glaube ich nur den die jüder und den und den den großmann gesehen glücklos ist neben vorgestaltet ja das auf jeden fall das war halt der zentrale punkt vorher überall die sind meist die vier teile hinbringen er setzt daher dass das buch die musik box ist man die vier erinnerungen die wasser man sollten sehr schön hier der turm dem hochkletter mussten schon gehen die musik in wildes durcheinander und die unterschriften von von den entwicklern sehr schön oha musik mal soundtrick mhm 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 drin das war den haben wir gar nicht gespielt den prolog oder was müssen wir ihn wohl noch spielen kann das sein dass wir nicht gespielt haben und deshalb nicht gesehen haben dass ja das wäre ja sachen aus aber das war das natürlich jetzt noch machen das ist dann können wir jetzt nicht einfach aufhören also ich sehe hier bilder und das müssen wir dann natürlich noch machen radio haben wir den tunnel wir haben angefangen angefangen als wir hier im baby gingens drin saßen in den ersten tagen ein prolog bestimmt nicht gespielt das war der prolog ja dann müssen wir den prolog noch mal spielen der mann schaut sich natürlich sämtlich extras an ich schaue mir erst mal die extras an und danach spielen wir den prolog und den kann ich auf jeden fall spielen die meine ich zumindest da stand zumindest im menü mit drin wenn wir auswahlen das gehört natürlich dazu dass mir die extra anschauen das sieht wirklich dass es gibt da wirklich noch einen kapital in kein prolog da müssen wir mit dem dem müssen uns da müssen wir den system müssen uns noch angucken es geht ja wohl nicht dass ich den hier so rechen schiebe es geht aber eins nicht das von ihnen einfach vergessen dass wir es geht ja wohl nicht so ja 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 Hier haben wir keine Modelle, die Blume, ah ja das war schön, wir können mal spielen mit, den Strül, wo sie nichts schaubig werden, ok, kann rein, schnönernd, oh die Sketches Plague-Mount, ah da sah das noch ein bisschen anders aus, der Turm auch ein anderer, ja Spook, eh? Spook, eh? Ist hier schon? ich gucke mir jetzt nicht alles so präzise an so ein bisschen zeichnung hier geht es nicht an alles näher ran so ein bisschen die planung ich will unbedingt ich muss ich muss unbedingt gleich noch mal hier spielen kann ja nicht sein aber das nicht monstert Ich kann mal durchkriechen. Sehr schön. Wir sind in der Eingangshalle. Sehr schön. Kein Dank. Und wir Monster sind. Der Teddy. Das bist du. Auch hier sind alle Charaktere, die in der Nacht sind. Sie sind nicht verwendet. Und sie sind schwer zu sehen. Der Teddy. Der Teddy ist böse. Da haben wir ihn hier. Das Harald. Jetzt sehen wir den gleich noch im Prolog. Mal spielen können. Hallo großer Mann. Konzept. Und auch immer die Präsentante. Wie kommen deine Arme? Oh. So war doch was. War das gedacht. Von draußen. Die Büder. Ich war einfach nur als Taschentuch gedacht. Immer Mami. Oh. Mit kurzen Haaren. Mit langen Haaren. Ich glaube es auch welche Versionen hier. Verschiedene Frisuren. Sehr schön. Da gibt es einige Figuren, die wir nicht gesehen haben. Ein Portal Gun. Einige kamen ja wohl nicht im Spiel vor. Das ist wirklich verbaut. Der Ofen kam natürlich vor. Der Monster. Lass mich hier los. Lieb hier. Auch das Putze gedingt. Der Monster. Okay. Sehr schön. ein Widescreen. Oha. Ein Widescreen. Oha. Achso, das ist jetzt hier sehr cool, die ganze Puppen, hier haben wir den Ofen, das Playhouse, habe ich versucht dann Teddy mitzunehmen, haben wir die Sachen dann immer reingelegt, jetzt können wir jetzt hier nichts zumachen. Jetzt kommen wir jetzt zum betrunkenen Mutti. Das ist die Reveal. Das ist, wo du deine Mutter für was sie ist, und der Spieler wird die verschiedenen Monstern und Sichten mit dem Spiel verbinden. Okay, wir haben die ganzen mechanischen Wunderwerke, Bauwerke. Die gehen wir unten durch, guck mal, als Baby natürlich. Irgendwo es abgesperrt ist. Ah ja, jetzt sind wir hier wieder am Anfang. Haben wir das Museum durchgespielt. Sehr schön. So, Hauptmenü. Schau ich nochmal nach dem Prolog. Machen wir es nochmal. Capital Auswahl. Ich habe noch ein Prolog. Birthday. Na ja, genau. Da haben wir angefangen beim Birthday. Beim Geburtstag. Von Mama den Teddy bekommen. Spiele ich noch den Prolog. Kagando. Ich bin gespannt. Unser Lieblingsmonster. Der Harald. Sowas wie eine Demo-Version sozusagen. Von einem Spiel. Dann Teaser. Playable Teaser. Wenn man es so will. Okay. Wenn man es so will. Okay. Eisch jetzt. Das kennen wir hier. Das Zimmer. Eiskalt hier. Schneid rein. Bw. Ich bin schade. Ich bin schade. Es ist bitte schade. Ich bin schade. Nur in die oder ein Dorophil. W affirm, es ist nicht so schade. Und das ist egal. Es ist echt schade. Okay. Denk mal, wir sollen mal aus dem Fenster kriechen. Nach draußen. Aha. Ach der ist der, der zu uns spricht. Und warm machen. Ich habe ein Kissen. Kann das helfen? Na ja, warum? Kann ich Licht anmachen? Hm. Es hat sehr viel gebracht. Wärmeldichtlampe. Okay, das können wir nicht. Sicherheit. 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 Oha. Danke. Ein Monster mag nicht die Kappi. Die anderen? Hütteln? Oh, Angst. Bitte, helft ihnen. Das machen wir doch glatt. Wir helfen den Monsterchen. Kleinen Babymonstern. Oha. Was sagst du, Manfred? Oder wie hieß der? Harald hieß er. Oha. Okay. Wo sind die anderen Monster? Wo sind die anderen Monster? Angriffungsschacht. Was? Was für eine Menschen sind wir denn hier? Mal hier hoch. Ah. Geschlossen. Liebe Gitarre. Davor. Hier ist schon wieder. Hier ist schon wieder. Schon wieder kalt. Da wird die Mutter an den Umriss gesehen. Fenster zu. Mach warm. So. Da drüben nochmal. Ab durch den Schnee. Ich guck gar nicht hinter mich. Doch durch. Guck mal da jetzt hoch. Mach. Bin zu klein. So klein dafür. Kaputt mach. Jetzt kommen wir hier hoch. Heftig mit dem Stuhl. Stuhl verrutschen. Sehr schön. Ich habe ein Messerbomb gewaffnet. Aber jetzt kann ich mir nichts. So, jetzt viel wärmer. Oh, da oben. Ich muss mal hin. Oh. Der Harald. Okay. Wie können wir dich befreien? Können wir das Licht anmachen? Beim ersten Mal hatten wir eine Spieluhr, die was gemacht hat. Können wir den Mixer anmachen. Das wird laut. Ich habe ein Messer. Harald. In der Küche anzugreifen ist nicht gerade klug. Ich möchte dann, was können wir gegen dich machen. Einen Herd anstellen. Da wird die Kamera rein. Die Kamera rein. den herz kann man nicht anmachen läuft es ja noch schwierig drüber mich irgendwas ich weiß dass uns die mikrowellen machen mail so machen wir es so befreiend war das monster dünnchen haben wir schon oder was in den nacken nacken gesprungen fuchs fuchs und öle wie viele haben wir hier noch hier war irgendwo noch der harald ok hier sind die fenster zu ach du scheiße harry harald der töpfer jetzt müssen wir wieder etwas finden haben wir noch sehr schön eine tolle geschichte zu der baby sendung statt schnee das ist eine puppe drei haben wir schon zwei töpfer wo sind sie töpfer harald das ist die mutter hier schneid es nicht rein wo ist der daddy oha harald 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 soll bestimmt unseren unseren daddy darstellen so schneid es jetzt noch rein da drüben bestimmt nein hier nicht ich schub mal das haus ab unser kinderzimmer der töpfer sein sein zimmer unter der treppe unter der treppe natürlich wird es sehr düster wird es sehr düster hier wird es hier schneid es jetzt rein im Keller der ofer soll ich da jetzt hochkommen ah hier so ich soll Waschmörder. So was dauert. Könnte der Ofen vielleicht. Böser Ofen. Der Ofen könnte nicht. Das Zeug Richtung Ofen schieben. Ich dachte so mit einer Kiste. Vielleicht wundern wir eben. Oder so. Hm. Ich muss da irgendwie hochkommen. Das tue ich nur mit einer Kiste. Mit einem Stuhl. Oh shit. Und wieder am Anfang hier. Erzähl mir nichts. Ach du Scheiße. Scheiße. Auf den Knöpfen. Klar dass der dem kleinen Kind Angst macht. Oh shit. Ah der Stuhl steht schon drüben. Sehr schön. So hier hoch. Da rauf. Hier links. Auf den Knöpfen. Auf den Knöpfen. Auf den Knöpfen. Danke. Auf den Knöpfen. Harald zieh nochmal. Oder was. Auf den Knöpfen. Auf den Knöpfen. Halt auf den Knöpfen. Dann zurück ins Zimmer. Dann Mr. Harald kommt. Er hat es erwischt. Wie haben die doch jetzt. Oder nicht. So ein ganzes Zimmer würde ich denken, oder? Das ist die nächste Mission. Wo haben wir unser Zimmer wahr? Ich glaube, oben war es. Oder nicht? Macht ihr wieder Fenster auf, oder was? Oh shit. Nein, Harald. Ach, hier friert noch einer. Ah, wie soll ich da hinkommen? Noch hätte man gebraucht. Um da zu kommen. Ah ja, wir können noch auf den ungehebten Stürmen hochlatschen. Interessant. Aber ich gehe jetzt nicht rüber. Okay. Logisch. Ah doch. Mach eins dazu. Nein. Jetzt muss das raus. Oha. Oha. Und jetzt muss ich den Vater so ein bisschen darstellen. Das ist ausgezogen und das alleine gelassen. der Böse. Plötzlich gespen. Aha. Es soll nur nach draußen. Ich weiß nicht, ob ich nach draußen will. Eigentlich eher nicht. Das ist Plüschi. Das sehe ich doch hier. Da will ich noch. Oh. Ah. 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 Nimm. Oh. 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 Ich kann hier hinten irgendwo hin, oder? Das sind jetzt immens Spuren. Ja, was? Oh, oh. Ich will nur das Häschen rücken. Ja, da haben wir den Prolog durchgespielt. Das wäre der Prolog gewesen. Nach geht es los mit der Geburtstagsszene. Ja, da werde ich im Let's Play auch hinten dran hängen müssen. Weil ich die ersten Part schon geknitten habe. Und ich mache es als Part Null. Ja, mal schauen, wie ich es schneide. So. Das war dann der Prolog. Du sagst es, Modi. Ich mache eine kurze Pause. Eine kurze, kurze Pause. Zehn Minuten, Viertelstunde. Kaffeepause. Dann sehen wir uns gleich nochmal. Mal. Ja, sagen wir mal. Zehn Minuten Pause. Sehen wir es gleich wieder. Noch ein bisschen. Viel ist heute nicht mehr viel gewollt. Nicht mehr machen. Obwohl ist Freitag. Mal schauen, was wir danach noch machen. Zehn Minuten mal schauen. Viertelstunde. Hier nehme ich es mir noch eine Pause. Sehen wir es gleich wieder. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.